Hallo, liebe Leute! Hallo! Hallo, 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 hallo! Hallo, liebe Leute! Wir sind Lukas und Arthur Jussen. Und wir sind sehr stolz, um sagen zu können, dass wir dieses kommende Jahr die Artists in Residence sind hier im Konzerthaus Berlin. Ich glaube, das Konzerthaus ist auch der erste Saal in Berlin, wo wir überhaupt gespielt haben, unser Debüt. Diese Gegend hier rund um das Konzerthaus, das ist wirklich eine sehr spezielle Gegend von Berlin für uns auch. Für uns fühlt das ein bisschen als Zuhausekommen in Berlin. Der Saal ist einfach wunderbar. Also für mich ist Berlin im ersten Fall wirklich das Konzerthaus und hier Gendarmenmarkt, würde ich dann sagen. Und Union Berlin natürlich auch. Ja, pass auf, was du sagst. Wieso? Hertha, es gibt auch noch Hertha. Ja, okay, sagst du Hertha. Ich bin für Hertha. Da haben wir beide. Union Berlin. Haben wir keinen Streit. Es ist ein bisschen blöd, weil wir jetzt im Konzerthaus sind, wo klassische Musik ist, aber wir sind große Fans von Peter Maffei. Und seit unserer Jugend ist das so eine, ist das unsere Berlin-Melodie. Und danach sind die Malersinfonie gekommen und Bruckner und Mozart. Ja, es ist ein sehr komisches Antwort. Ich weiß, ich… Wieso komisch? Das ist sehr seriös. Ja, ich weiß aber… Der Peter. Der Spiele für Leute und die Musik zusammen erleben. Das ist, denke ich, etwas, wo ich mich sehr auf freue. Ich bin ganz einverstanden. Union Berlin. Hertha, Hertha. ich kann wirklich sehr auf째 Kass.